Was machst du in deinem Buch von mir? Ja, ähm, du schlafen kann ja auch ein andermal. Wenn jetzt die Sache wichtig ist, dann... Künstlerinnen, Freischaffende, Kreatives, Prolu, äh, Prekariat. Was ist nun mit euch los? Ihr denkt, ihr seid die künstlerische Avantgarde, doch in Wahrheit schmiedet ihr euch die Ketten selbst, an denen euch die Kulturindustrie hinterherschleift. Die Maschine des Kapitalismus wird mit eurer Kreativität geült. Damit muss jetzt Schluss sein. Überwindet eure Vereinzelung. Befreit euch von den Zwängen der Selbstausbeutung. Solidarität ist kein Selbstmord. Schließt euch zusammen. Holt euch euer Lebensraum. Aktet euch die schöpferischen Freiräume an, die euch genommen wurden. Emport die Fahne der kreativen Revolution. Entfaltet das Sturmbahn als das Prolokariats. Los, lasst es uns anpacken. Nara, kannst du ein bisschen leiser sein? Papa muss noch arbeiten. Na gut. Ich empfie ein bisschen leiser sein. Aber ich nehme einfach ein bisschen heince an, die dich in den Ratsuchslange. Und ich nehme ein bisschen Chamberlas, повторfüß das Sturmbahn als das Krocketieseップ. Also auch das Konsequorlich. یک Says es kann zur 하면서, ich konnte über